Musik Ich finde es so unglaublich schön, hier mit dir alleine zu sein. Ich glaube, die letzten zwei Tage, die waren die schönsten seit Jahren. Friedrich war mit bei mir auf der Mailbox. Ich meine, da habe ich mir gedacht, vielleicht fragen wir ihn mal, ob er nicht Lust hat, eine Woche bei uns vorbeizukommen. Dann bist du für eine Woche ein guter Bruder und ich von Hanna. Ich muss gleich nochmal kurz was anderes mit dir besprechen. Ab heute Nachmittag sind wir zu viert. Hanna hat ihre Patentochter aus München angerufen, um sie einzuladen. Wir sind hier zu viert heute, das allererste Mal und finden exakt genau an dem Tag ein Boot, wo genau vier Leute reinpassen. Und es tut mir leid, dass mein Vater sich manchmal so benimmt. Wer hat uns denn je versprochen, dass es auf dieser Welt für jeden jemanden gibt, zu dem er passt? Ich bin dagegen. Du bist doch mal nicht durchgedreht! Du musst mich nochmal ganz kurz die Phase putzen. Was magst du eigentlich am meisten an mir? Das war so unglaublich gut. Was würdest du vermissen, wenn ich weg wäre? Musik 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 Vielen Dank.